Hallo, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie man Bildschirmfotos aufnehmen kann bei Ubuntu. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ich zeige dir mal die erste Möglichkeit mit einem Programm, das schon fix bei Ubuntu dabei ist. Ich habe hier Ubuntu Version 1204. Ich klicke hier auf die Dash Startseiten, um das Programm zu starten. Und ich gebe hier oben ein Bildschirmfoto. Bildschirmfoto, das ich mir hier schon angezeigt. Ich starte das und kann mich jetzt hier entscheiden, in diesem Auswahlmenü, ob ich den gesamten Bildschirm aufnehmen möchte oder nur ein bestimmtes Fenster oder einen Aufnahmebereich mir auswählen möchte. Ich wähle nochmal aus hier den gesamten Bildschirm aufnehmen, klicke auf hier Bildschirmfoto aufnehmen und ich sehe dann hier, dass der gesamte Bildschirm dann praktisch abfotografiert wurde. Hier kann ich mir dann überlegen, welchen Ort ich hier speichern möchte und hier kann ich auch dann den Dateinamen festlegen. Ich lasse das jetzt mal weg. Ich starte wieder Bildschirmfoto. Hier habe ich ja die zuletzt angeführten Programme, die ich schon verwendet habe. Alternativ dazu könnte ich hier dann oben im Dash Start natürlich suchen, das Programm. Ich will also wieder Bildschirmfoto. Und überlege mir jetzt das aktuelle Fenster aufzunehmen. Um das wirklich ein aktuelles Fenster zu haben, starte ich mal in LibreOffice zum Beispiel. Ich wähle mir hier aus LibreOffice New Document. Ich habe hier dieses Fenster. Ich nehme hier wiederum dieses Fenster. Ich wähle mir aus das aktuelle Fenster aufnehmen. Ich klicke jetzt hier drauf. Das Ganze vielleicht nach einer gewissen Zeit. Also nach zwei Sekunden soll dann das aktuelle Fenster gerade aufgenommen werden, das ich hier ausgewählt habe. Ich klicke drauf. Ich wähle das jetzt hier aus. Und man sieht dann hier, dass ich das aktuelle Fenster dann aufgenommen habe. Als nächstes, ich speichere es jetzt mal nicht, klicke ich hier, möchte ich nur einen bestimmten Bereich des Bildschirms aufnehmen. Also nicht ein bestimmtes Fenster oder den gesamten Bildschirm, sondern nur einen bestimmten Aufnahmebereich. Klicke jetzt hierher. Und es hat sich mein Mauszeiger verändert. Ich kann jetzt hier dann das hier aufziehen. Wenn ich die linke Maustaste loslasse, sieht man, dass hier das entsprechende Foto dann vom Bildschirm aufgenommen wurde. Ja, und ich kann die Fotos dann abspeichern an einem bestimmten Verzeichnis und könnte sie dann weiter bearbeiten. Eine Alternative dazu wäre ein anderes Programm, das man sich dann nachinstallieren müsste unter Punto. Das wäre das Programm Shutter. Installieren geht ja hier über das Punto Software Center. Ich kriege jetzt eine Liste aller möglichen Anwendungen. Man kann jetzt hierher gehen. Ich könnte jetzt hier eingeben, Shutter. Das siehst du gleich, wie man das schreibt. Hier. Es hat schon recht gute Bewertungen bekommen. Ich kann das Programm nicht mehr installieren, weil ich es schon installiert habe. Ich könnte es hier entfernen, das möchte ich natürlich nicht. Aber ich wollte dir zeigen, wie man es installieren kann. Ich schließe jetzt hier das Ubuntu Software Center und starte wieder mit dem Dash. Das Programm Shutter. Ich habe ihn hier eingeblendet. Die linke Maustaste drauf und das Programm wird gestartet. Dieses Programm Shutter hat einen großen Vorteil im Gegensatz zum normalen Bildschirmfotoprogramm, das bei Punto schon dabei ist, dass ich dann gleich im Anschluss, um die ich die Fotos aufgenommen habe, diese gleich bearbeiten kann. Ja, machen wir es vielleicht wiederum, das mit der Nutzoberfläche uns wiederum anschauen. Ich kann hier wieder eine Auswahl von Bildschirm abfotografieren. Ich überlasse jetzt hier die Einstellung erweitertes Auswahlwerkzeug, klicke jetzt hier auf Auswahl und ich kann jetzt hier wieder das aufziehen. Und wenn ich Enter gedrückt habe, also ganz wichtig, Enter, dann landet der Bildschirmausschnitt hier in dem Fall im Programm Shutter. So, ich kann das jetzt hier weiter bearbeiten, indem ich hier auf Bearbeiten gehe und habe jetzt hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch einen Text hinzufügen. Ich gehe jetzt hier her, ziehe ein Textfeld auf, schreibe dann da hinein, klicke mit der linken Maustaste hinein und schreibe jetzt hier ein, zum Beispiel Menü, Leiste, die Schriftliste hier unten versteckt. Also ich könnte hier dann, wenn ich das, oder hier oben, in dem Fall, kann ich hier eine andere Schrift da zum Beispiel einstellen. Was musst du wählen? Vielleicht Areal und eine andere Schriftgröße, nämlich vielleicht 48, klicke ich auf OK. Ja, klicke auf OK und ich habe dann hier diesen Text an, den ich da eben eingeblendet haben möchte. Ich könnte noch weitere Texte einfügen, muss man aber nicht machen. Ich klicke sie hier abbrechen und könnte hier einen Pfeil zum Beispiel noch hinzufügen, um das Ganze ein bisschen zu verschönern. Es geht mir jetzt hier eher darum, dass es eigentliche Möglichkeiten es gibt. Ich kann hier zum Beispiel mit diesem Werkzeug, wenn man hier hinfällt, kriegt man den Briefstext eingeblendet, das ist ein Textmarker, kann ich einzelne Bereiche dann streichen. Ich kann hier eine Freihandlinie zum Beispiel zeichnen. Wenn ich die Stärke verändern möchte, gehe ich hierher, würde ich jetzt etwas schmäler werden. Ja, und ich kann hier ebenfalls die Farbe verändern. Ich male jetzt in Zukunft, also dann hier Linien in grüner Farbe. Ich könnte sie jetzt auch ganz stark verkleinern. Man sieht schon, dass ich das jetzt so habe. Dann könnte ich noch eine Ellipse zeichnen und andere geometrische Formen dann hier einfügen. Ja, und ganz entscheidend ist sicherlich, dass ich hier auch das Bild zuschneiden kann. Jetzt wird hier dieser Ausschnitt, den ich vorher eben abfotografiert habe, eben zentriert in diesem Fenster. Man kann jetzt hierher gehen, kann das jetzt hier aufziehen. Man könnte jetzt diesen Bereich, den ich aufgezogen habe, dann verschieben. Und auf der rechten Seite, hier sieht man dann den Menüpunkt zuschneiden. Ja, und das Fenster wird jetzt hier darauf zugeschnitten. Und schließlich kann ich natürlich dann auch noch auf Speichern gehen. Ich glaube, das ist jetzt hier. Man könnte das Ganze dann, das wurde hier gespeichert mit diesem Dateinamen. Wenn ich es aber noch an eine bestimmte andere Stelle speichern möchte mit einem eigenen Dateinamen, gehe ich hier auf Exportieren. Ich könnte es auf FTP herausspielen oder in einem bestimmten Ordner, wie gesagt, Speichern gehe ich jetzt hierher. Gehe mir den Ordner Bilder aus, klicke auf Exportieren. Und ich habe es unter demselben Dateinamen gespeichert. Der praktischere Weg wäre sicherlich, ich das hier nochmal maximiere und da hier heraufgehen, Datei, Speichern unter. Das wäre der beste Weg. Und hier kann ich dann zum Beispiel hingehen, Menüleiste, 01, Speichern, Simperzeichnis, Schule, Bilder und klicke auf Speichern. Und ich habe dann diese Datei dort gespeichert. Wenn ich es mir anschauen möchte, gehe ich hier auf der rechten Seite hier dann in den Starter, mache die rechte Maustaste auf das entsprechende Symbol und kann dann hier dann, wenn ich das andere mache, ich nehme es nochmal zu, wenn ich es nicht brauche, dann gehe ich es nochmal hierher. Mit einem Klick und kann dann hier auf Bilder gehen und habe sucht dann, hier habe ich es, Menüleiste, nein, Menüleiste 01, und habe dann hier die entsprechende Grafik, die ich mir dann anschauen kann. Und ob das liegt, kann ich es auch im Vollbild natürlich mit darstellen lassen. Also es gibt mehrere Wege, Bildschirmfotos unter Punto anzufertigen. Der erste Weg wäre einmal hier über Dash mit dem Bildschirmfoto. Da gibt es ein Bildschirmfoto. Und die zweite Möglichkeit wäre dann über das Programm Shutter hier die Bildschirmfotos dann anzufertigen. Mit der Möglichkeit, einfache Auswahl zu machen und den Desktop komplett aufzunehmen oder ein Fenster so aufzuzeichnen, dass ich es später wiederum weiter bearbeiten kann. Die praktische Möglichkeit, so ein Bild dann zu exportieren, ist hier mit Speichern unter. Es gibt diverse andere Möglichkeiten noch, aber es würde jetzt nicht notwendig sein, da näher darauf einzugehen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.